Ein Gucki, schau wer ist denn da? Hallo große Kinder. Na? Habt ihr den Wäscheständer erobert? Ja, coole Sache das. Jetzt wird hier mal ums Eck geguckt. Ja, wo gehen die anderen immer hin, ne? Unglaublicher Vorfall. Guck, da zum Beispiel. Na mal gucken, wann ihr reinkommt, ihr Süßigkeiten. Viel Spaß beim Erkunden. Na, 113? Hast du die Kittys eingeladen? Hm? Kleine Wohnungsführung. Mach dir prima. Welche lange Hälse habt ihr? Neugierig um die Ecke guckt, Hälse? Prima, prima, prima.